Ich bin heute essen, hier heißt Nagaya Chushi Barbecue Restaurant, also Tablet Bestellung. All you, ich mein all you can eat. Also der erste Gang schon hier, ganz viele Sachen zu essen. Wir haben jetzt 24 Sachen hier bestellt, Katerfisch. Also ich esse mal einen Miso-Supp. Oh, die erste Runde sind 24 Gerichte, ja? Okay, ganz viel das essen wir. Also hier ist Lamm, ja? Ich probiere ein Stück Lamm. Lamm auch gut. Also hier schmeckt lecker. Also hier. Also wir haben wieder neuen Gang hier reingebracht. Hier. Oh, lecker Leute hier. Ich probiere diesen Stück. Hier. Hier. Oh, lecker Leute hier. Ich probiere diesen Stück. Also hier. Also hier habe ich auch noch so einen hier bestellt. Hier. Das tun wir in die Soße rein, ja? In die Soße reinpucken. Okay. Oh, sehr gut. Oh, wir haben wieder ganz viele Gerichte in der Markt bestellt, ja? Oh, hier. Oh, hier? Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Wow, wir haben hier wieder hier noch zusätzlich was bestellt, hier. Richtig, richtig toll. Also schon sehr gut hier. Obst zusätzlich ein Bier dazu. Ja, 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 ja. Egal. Obst zusätzlich ein Bier dazu. Also nach sich gibt es sehr viele leckere Sachen, ja? Aber ich habe zuerst mal hier verschiedene Eissorten. Machos. Und das. Oh, I like. Lichi, ja? Und gibt noch mehrere Sachen, aber sehr lecker. Die Sammauk. Ries. Mmh. Oh, I'm ready to see you. Eiss hier. Eiss hier, ja, ja. Alles in order. I know I will to order this. Try the sauce. What was it? Egg. Jaja. Wow. Omelette. Läna, ja, ja. Tamagot? Ja. Mmmh. Läcker. Tamagot, das ist gut. Oh, my God. Was ist das? Was ist das? Was ist das?